Liebe Silvia Fischer, wenn du da bist, dann bitte sag einfach Ja oder was dir einfällt, um deine Anwesenheit uns mitzuteilen. Die Anwesenheit uns mitzuteilen. Liebe Silvia Fischer, ich begrüße dich in unserer Runde. Liebe Silvia, dein Mann Guido hat mich kontaktiert, um dir eine Frage zu stellen. Liebe Silvia Fischer, hast du denn eine Botschaft für deinen Guido? Dann bitte sprech jetzt nach diesem Geräusch. Ich grüße dich in einem Sprang. Dann bitte willkommen in einem Sprang trip. Ich grüße dich, weil du einen K薩la� indeed betrigst. Ich grüße dich bei dir, wenn du eine Menschen schläfst. Lass du das ganze Bier aufこの Henk singen, ich grüße mich lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hab Dank, dass du unser Gast warst.